Mein Name ist Klaus Haberl, ich bin Mitgründer der BistroBox, der ersten 24 Stunden Pizzeria. Das Geschäftskonzept ist eigentlich komplett neuartig. Wir haben ein Gastronomie Konzept erfunden, das sich 24 Stunden Pizzeria nennt und das Besondere daran ist eigentlich, dass die 24 Stunden Pizzeria, wie der Name schon sagt, immer geöffnet hat. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Bei uns kriegt man einfach immer ein ofenfrisches Stück Pizzeria. Nein, also die Besonderheit ist eigentlich, dass wir vor Ort gänzlich ohne Personal auskommen und der Standort eigentlich autark ist und rund um die Uhr einsatzbereit. Genau, man braucht keinen Koch, sondern unser Koch ist der Pizzeriaofen, der fleißig bägt und den Kunden die Pizza serviert. Und das Ganze eben auf Knopfdruck, dass der Kunde geht da rein, wählt am Display aus, welche Sorte er haben möchte und der Ofen bereitet es dann für ihn zu, packt das Ofen frisch und serviert es dann auf dem Kartonteller. Ja, wir sind ein junges System, wir sind eine dynamische Firma, ein Startup aus Oberösterreich und wir suchen hauptsächlich immer Franchise-Nehmer, die zu uns passen, die sich mit dem Konzept identifizieren können und die motiviert sind, etwas Neues zu machen. Es gibt jetzt nicht große Voraussetzungen für den Franchise-Nehmer, aus welchem Bereich der kommen sollte, aber ja, also wir sind offen für jede Anfrage und für motivierte Leute, die mit uns den Weg gehen. Ja, erst einmal mit unserem Konzept, das sehr durchdacht ist, das sehr viele Tools bietet, sei es im Marketing oder auch normal im Operating und unterstützen den Franchise-Partner eben die neue Idee der Bistrobox unter die Leute zu bringen und vor Ort auch zu etablieren. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!